Muss ich halt das alles später machen, eventuell. Äh, hallo? Äh, hallo? Wo muss ich denn hin? Komm schon. Jetzt kann ich natürlich hier nicht springen, ne? Da lang? Aha. Ach komm. Deck mich. Da hoch jetzt. Okay, jetzt muss ich da hoch, das ist schön. Ich nehme mal das hier mit. Äh, jetzt kriege ich's hin. So wie... So, jetzt nochmal die ganze Kacke von vorne. Kann mir eh nix. Shit. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Nein, nütz mich. Manchmal funktioniert's, manchmal funktioniert's eben nicht. Ganz große Klasse. So, jetzt. Wunderbar. Ich bin nicht da. Und jetzt? Wo ist ich da lang? Okay. Tschüss. Ach ja, da rein. Und, und dann? Aha. Okay. Ich brauch ne Dose. Eine Dose. Eine Dose. Eine Dose. Was machst'n du da? Wo ist denn hier eine Dose? Dose? Dösschen. Wo ist denn hier die Kackdose? Dösschen? Wo ist denn hier die Kackdose? Wo ist denn hier die Kackdose? Oder was? Okay. Kein Problem. Guck mal. Alles klar, Maestro. Na ja, genau. Da nimmt mir ja die Dose eh nie weg. Von daher. Geh mal einfach mal hier vorbei. Sollte mir das auch nie wegnehmen, hoffe ich. So. Ach so. Alles klar. Moment. So. So sollte das auch gehen. Ich muss jetzt hier irgendwie... Ah ja, okay. Na los, beeil dich. Okay. Okay. Ja, 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 dann. Darf ich jetzt mein Ding machen, oder? Wer ist die Ratte? Ich bin die Ratte. Ja, das bist du. Ich weiß trotzdem nicht, woher ich die Dings nehmen soll, aber okay. Aua. Erschloch. Hä? War hier nicht noch eben so eine Flasche? Nicht drinnen. Ach da. Die nimmt er mir natürlich weg. Ist ja ganz klar. Bleib ich mal hier stehen. Äh, hallo? Ah, ich stand drauf. Alles klar. Okay, ist okay. Jetzt aber. Nein. Arschloch. Elendes. Ich hasse dich. Ich hatte es zwar noch nicht mal in der Hand, aber es ist okay. Nimm es mir einfach weg. Darf ich jetzt, oder? Äh, hallo? Es kann ja nicht explodieren. Weil, ja, genau. Was hast du geschafft? Dass er explodiert ist, oder was? Arschloch. Großartig. Du bist kacke. Ich versuche ihn so weit wie möglich von mir wegzubringen. Kommt er jetzt wieder zurück? Ne, jetzt hängt er dort. Okay. Muss ich mal probieren. So kommt er auf jeden Fall nicht. Natürlich. Nimm es weg und geh ganz weit weg. Ja, los. Autsch. Das war natürlich total gewollt. Äh, ich geh mal Käse holen. Das muss ich auf jeden Fall da hinten langen, aber das habe ich jetzt eigentlich gar nicht vor. Naja. Bist auch noch mit deiner Kaktose beschäftigt. Käse. 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 Ich finde, man muss sein Leben genießen. Naja, ist okay. Okay, okay. Ich sehe immer noch keine Löffel, tut mir leid. Römi, die Küche ist voller Rattenfallen. Du musst sie loswerden. Verwende einen Löffel und schwinge auf die Fallen zu oder locke einen Feind hinein. Alles klar, wird gemacht. Habe ich jetzt Löffel? Darf ich die jetzt von hier nehmen, oder? Nein. Naja, gut. Komm hier. Na komm. Kommst du jetzt her, oder was? Wo ist dein Problem, hm? Also normalerweise kommen die ja da raus, ne? Aber ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass sie verpackt sind. Das war mir klar. Gut, dann halt nicht. Das nenne ich mal Pech. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst, oder? Ihr seid doch alle kacke hier. Was passiert, wenn ich das daneben stelle? Na? Wer ist die Ratte? Ich bin die Ratte. Kommt jetzt wieder raus? Kommst du jetzt? Was? Was ist denn dein Problem, Alter? Ich kriege die Krise hier. Ich weiß vor allem nicht, wo ich die Kacklöffel herkriegen soll. Irgendwie ist hier was. Entweder ist hier was verpackt, oder ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal, ähm, 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 auf jeden Fall nicht speichern. Ich werde jetzt einfach mal die Aufnahme beenden. Und das Spiel neu starten. Vielleicht hilft das jetzt. Ich hoffe es zumindest, weil irgendwie ist hier was falsch. Na gut, wir sehen uns gleich wieder. Hä, 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 ich musste gar nicht wirklich raus. Hier ist es wie schon wieder. Ähm, es hat jetzt geschafft rauszukommen, indem es uns getötet hat. Finde ich ganz toll. Na gut, vielleicht funktioniert es jetzt mit den anderen. Ansonsten muss ich die... ...von woanders... ...also von dem einen hier herpushen. Das wird zwar eine elende Plackerei, aber... ...kommst du denn jetzt raus? Nein. Und jetzt? Okay, zu früh gefreut. Bis gleich. Äh, so einen Löffel habe ich zumindest schon mal gefunden. Fakt ist... ...ich kann den nicht nach oben mitnehmen. Äh, nach unten meine ich. Tja. Ich glaube, es gibt auch keinen anderen Löffel, worum auch immer das so ist. Und... ...die vier kommen immer noch nie raus. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist, aber irgendwie sind die festgebackt. Irgendwas funktioniert hier nicht so richtig. Hör ich das Gefühl. Hör ich das nicht so richtig. Hm. Tja. Was kann man da machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das Problem jetzt lösen soll. Vor allem, weil ich hier keinen Löffel finde. Äh, so. Außer den einen, den man nicht benutzen kann, außer dort oben. Ich muss nochmal im Internet gucken. Da steht leider nichts wirklich dazu. Also, zumindest habe ich jetzt noch nichts dazu gefunden. Ich muss... Ich muss gucken. Ich muss gucken. Bis gleich. Hallihallo. Oh, jetzt... Oh, ich wollte gerade... Hallo. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich hier Ewigkeiten versucht, das Vieh da rauszukriegen. Und jetzt kommt das, oder was? Ich kriege die Krise. Ähm, falls ihr euch wundert, worum ich brenne. Ich habe aus Langeweile Cheats angemacht. Also, ich habe... Vor allem kann mich gerade keiner, äh... Äh, verletzen. Wie man sieht. Weil ich das ausgestellt habe. Ich habe nämlich ein bisschen rumprobiert, ob ich die irgendwie da rauskriegen kann. Ey, hallo? Jetzt kam das raus? Jetzt, wo ich sagen wollte, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich habe nämlich... Es gibt keine Lösung. Ich glaube, es hat noch nicht mal jemand dieses Problem gehabt. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mal irgendwann rauskommt, oder? Also folgende Sache. Ich kann... Also, wenn es wirklich gar nicht geht, wenn das... Wenn die wirklich nicht mehr rauskommen, dann geht es natürlich nicht mehr weiter. Weil das ist dummerweise die Hauptquest. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so viel Bock habe, das alles noch mal zu spielen. Nur damit diese scheiß Viecher rauskommen. Nicht, dass es dann wieder verpackt ist. Eigentlich, also ich habe es ja schon mal durchgespielt. Ich habe es sogar schon zweimal durchgespielt. Und da war der Bug nicht. Wo jetzt das Problem ist, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Äh, ich weiß nur, dass es mich ziemlich ankotzt. Und, ja. Wenn ich dieses Problem nicht lösen kann, muss das Spiel leider... Äh... Fausiert werden, oder so. Bis ich das vielleicht nachgespielt habe, oder? Keine Ahnung. Oder ich probiere, offscreen die Viecher da rauszuholen. Wie auch immer. Was dann sein wird, das werdet ihr irgendwann sehen. Vielleicht. Also, bis dann und... Danke fürs Zusehen. Tschüssi.